Frauen hatten es früher nicht leicht. Frauen haben es jetzt auch nicht leicht. Begleiten wir jetzt Witterpol in die harten 70er Jahre, als Hausfrauen noch Kittelschürzen trugen und dem Mann pünktlich das Essen auf den Tisch zu stellen hatten und auch der Beischlaf geregelt war. Hilfe! Gute Unterhaltung jetzt und ich wünsche Ihnen starke Nerven. Witterpol, Klaus Herm, Jochen Busse in Nicht mit mir. Eine Hörmalzu-Exklusiv-Produktion. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Abendbrotzeit 18 Uhr. Würde schmeckt toll, Mama. Ich sag's ja immer, eure Mutter kann gut kochen. Berti, stopf doch nicht so. Setz dich ein bisschen anständig hin. Schmeckt aber wirklich. Und Sülze ist so schön billig. Ein richtig schönes, billiges Samstagsessen. Du, Heinz, ich hab heute mit der Frau Schwarz geredet. Die hat gesagt, dass sie eine Wasserrechnung von 240 Mark für drei Monate hatten. Ist eigentlich die Rechnung für die Bretter schon gekommen? Ich war noch gar nicht am Briefkasten. Berti, lauf meinen. Immer ich. Klar, immer die mit den jüngsten Beinen. Ich hab Gurken in die Sülze getan. Das magst du doch so gern. Was hast du da eben gesagt? 240 Mark für Wasser? Naja, die können ja machen, was sie wollen. Wer weiß, was die da alles mit reinrechnen. Da ist natürlich die Abwasserbeseitigung mit drin. Wo kommt denn so viel Abwasser her? 240 Mark? So rumzuhasen braucht man doch auch nicht. Wir können ja ein bisschen sparsamer aufs Klo gehen. Sabine. Weniger trinken und weniger pinkeln. Sabine. Gar keine schlechte Idee. Nimm doch nicht so ein bisschen zusammen. Für dich, Mama. Nein, für Papa. Ach, die Telefonrechnung. Auch das noch. Und Tante Hanni. Ihre Schrift wird auch immer zittriger. Ich hab schon mal gefragt, sind noch Bratkartoffeln da? Nein. Hat sie kein Geld für uns reingelegt? 94 Mark für Telefon. 94 Mark, seid ihr wahnsinnig? 94 Mark in die Luft reden? Sind doch alles Ferngespräche hier. Dann führt nicht so viel Ferngespräch. Wir haben kein Geld für Ferngespräche. Himmel. Was heißt der Himmel, ob noch Bratkartoffeln da sind? Bratkartoffeln. Was ist denn eigentlich los? Tante Hanni will mir 1000 Mark schicken. 1000 Mark? Mann, das ist ein Hammer. Wie kommt sie denn dazu? Wie kommt sie dazu, uns 1000 Mark zu schicken? Sie schreibt, das Geld wird immer weniger wert. Und für sich selbst braucht sie kaum etwas. Sie kommt mit ihrer Rente gut zurecht. Und ins Grab könnte sie auch nichts mitnehmen. Erben würde ich sowieso alles, was sie hat, schreibt sie. Und dann will sie mir lieber jetzt schon mal eine Freude machen. 1000 Mark? Gar nicht schlecht, wirklich. Gerade jetzt hätte ich Tante Hanni gar nicht zugetraut. Toll, dann kriege ich endlich mein Dreigangrad. Und ich kann mit der Klasse nach London fliegen. Das hat mir schon richtig im Magen gelegen. 1000 Mark. Gerade das, was ein Zaun kostet. Einen Zaun brauchen wir. Jeder Hund kann in unseren Garten machen. Ach du mit deinem Zaun. Immer alles fürs Haus. Als ob es nichts anderes gibt. So ein schöner, dunkelbrauner Holzzaun. Hast du noch ein Stück Sülze, Lottie? Eigentlich wollte ich das für abends lassen. Na ja, kriegt ihr auch noch was. Ich werde doch zu dick. Brauchen wir überhaupt nicht den Zaun. Wann kriegen wir denn das Geld? Sie schreibt, es ist schon abgeschickt. Übrigens, ich habe mir überlegt. Was denn? Was hast du ihr überlegt? Ob ich. Ja, was hast du denn, Lottie? Ich wollte sagen, von diesem Geld wird nicht nach England gefahren. Auch kein neues Rad, Berti. Ganz recht, wir kaufen einen Zaun. Auch keinen Zaun. Das Geld hat Tante Hanni mir geschenkt. Das brauche ich für mich. Ja, aber der Zaun ist doch auch für dich. Der ist doch nötig. Die Leute denken ja, bei uns langt es nicht mehr. Ich brauche keinen Zaun. Und die Leute sind mir Schnuppe. Zaun ist Quatsch. Du alten Mund. Ich will nämlich... Ich will den Führerschein machen. Wie? Was? Den Führerschein machen. Eure Mutter spinnt. Ich spinne überhaupt nicht. Wieso denn? Toll, Mama. Die Mutter von Jörg kann auch Autofahren. Die von Olaf auch. Fast alle Mütter. Autofahren. Führerschein. Ausgerechnet jetzt, wo wir mittendrin sitzen, Schulden. Direkt mit dem Arsch im Schlamassel. Heinz. Papa hat wieder ein Wort gesagt. Da redet meine Frau vom Führerschein. Aber es wird doch alles viel einfacher. Ich könnte dich morgens zur Bahn fahren und den Wagen tagsüber... Führerschein? Wo du nicht mal die Garage aufschließen kannst? Na so ungeschickt ist sie nun auch wieder nicht. Bis jetzt ist es doch auch so gegangen. Bis jetzt haben wir ja auch mitten in der Stadt gewohnt. Und nicht in diesem Kaff. Kaff? Wenn ich sowas schon höre. Boing. Aber es gibt doch noch Nachtisch. Schau mal, Mama. Daran erkennst du, ob noch genug Öl da ist. Bis dahin muss er feucht sein. So weit muss es reichen. Papa braucht übrigens bald wieder Neues. Und wofür ist Öl gut? Mann, das sind vielleicht Fragen. Als ob die Kolben kaputt gehen. Hier, da sind die drin. Also wenn der Wagen plötzlich stehen bleibt, dann kann es auch am Öl liegen? Klar. Schau mal, was von Kolbenfraß gehört? Also, aufs Öl musst du aufpassen. Und aufs Kühlwasser. Sonst gibt's Scheiß. Berti, dass du so ein Fachmann bist, das hab ich ja überhaupt nicht gewusst. Woher weißt du denn das alles? So ein Motor ist eben klasse. Dann musst du noch auf die Luft aufpassen. Bei unserem Wagen muss vorne 1,6 und hinten 1,8 drin sein. Was ist denn 1,6? Atü nennt man das. Aber das verstehst du ja doch nicht. Hauptsache 1,6 und 1,8. Das musst du denen an der Tankstelle sagen, wenn du die Luft prüfen willst. Das vergesse ich doch bestimmt. Dann schreib's auf und leg's dir irgendwo hin. Das soll ich doch auch immer machen. Ja, das werd ich tun. Was muss ich sonst noch wissen? Was brauchst du, wenn der Wagen fahren soll? Benzin! Ach, Berti, du Esel. Ach, weißt du, diese ewigen Auseinandersetzungen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich würde diesmal nicht wieder nachgeben, Lobby. Setz dich einmal durch, ein einziges Mal. Das sagst du so. Also, ich fahr jetzt noch mal weg. Um 10 Uhr bin ich bestimmt zu Hause. Muss das denn sein? Heute am Sonntag? Wir wollten doch zusammen Kaffee trinken. Wir zusammen? Ach, Papa wurschtelt doch sowieso noch im Keller rum. Und Berti wollte auch noch weg. Wohin fährst du? Nach Bruck. Tschüss, Inge. Tschüss, mach's gut. Du, Mutti, ich hab wirklich keine Lust, über jeden Schritt Rechenschaft abzulegen. Und das Abendessen? Ich werd sowieso zu dick. Tschüss. Die wird ganz schön käbig, weißt? Bei uns rennt alles auseinander. Bleib du wenigstens mit. Du, das geht wirklich nicht. Ich wollt nur mal kurz vorbeischauen. Ich muss heute noch nach Köln. Du hast gut. Immer so rumfahren. Na du, ich weiß nicht. Das reine Zuckerlecken ist das auch nicht. So schön friedlich wie hier, das hat auch was für sich. Für dich wär das gerade was. Zieh zu, dass du mal rauskommst, Lotti. Versuch mich doch öfter. Wenn bloß das Fahrgeld nicht so teuer wär. Einmal nach Frankfurt, da sind gleich 10 Mark weg. Du kannst ja bei mir über Nacht bleiben. Über Nacht? Du kennst doch Heinz. Na, so schlimm ist der doch auch nicht. Ist doch kein Gefängniswärter, das heißt, wenn du nicht dazu mal... Hör mal, wirklich. Ist schon gut. Du und deine Lieben, lass dich nur nicht von so einer Scheidungstype wie mir verderben. Tschüss. Meld dich wieder. Tschüss. Ah, wo? Also, wenn man euch so sieht, willst du nicht lieber einen Fachmann holen? Fachmann? Ich schmeiß doch mein Geld nicht zum Fenster raus. Aber ich gönne das auch. Aber alles zweimal machen oder dreimal? Wo du doch nie Lust zum Basteln gehabt hast. Was heißt hier Lust? Ist doch schließlich mein Haus. Wenn man selbst ein Haus hat, ist das doch ganz... 75? Ist das doch ganz was anders. Aha, 76. Aber wie du dich abrackerst. Leute, sieh das doch mal ein. So ein Haus braucht eben Zeit, bis es fertig ist. Das Haus und der Garten. Pass mal auf, wie hört das alles aussieht, wenn erst mal die Bäume groß sind. Weiden zum Beispiel, die wachsen schnell. Na ja, schnell. Ich geh jetzt mal zuerst. Ja, du hast mir prima geholfen, der Junge. Wirklich, der ist gut, der Junge. Sieben Jahre, sagt man, braucht sein Garten. Sieben Jahre? Und stell dir vor, wenn wir dann auf unserer Terrasse sitzen und Kaffee trinken und alles blüht und die Vögel jetzt... Ich wollte dich gerade zum Kaffee trinken holen. Bring mir lieber was runter. Der Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen, ja? Aber wir müssen dann auch mal zusammen reden. Was gibt's denn? Weiß schon. Gegen den Führerschein. Ach, deine Freundin Inge. Ist sie wieder weg? Inge hat damit gar nichts zu tun. Und ich dachte schon, du hättest eingesehen, dass das Unsinn ist. Aber du kannst doch auch mal was einsehen. Sieh mal, Lottie, ich hab doch nichts dagegen, dass du den Führerschein machst. Dann ist es ja gut. Wenn du unbedingt willst, du sollst dich auch wohlfühlen. Ich hab gedacht, wenn du mir hilfst, mir so ein bisschen was beibringst... Nur nicht jetzt. Es muss doch nicht ausgerechnet jetzt sein. Du weißt doch, wie wir stehen, wie wir sparen müssen. Ja, das weiß ich wirklich. Seit wir das Haus haben, höre ich ja nichts weiter. Ich komme mir schon wie... wie ein Sparschwein vor. Also so schlimm ist es ja doch auch wieder nicht. Ich hab es satt. Ich hab es einfach satt, drei Kilometer zum Einkaufen zu radeln. Und mit vollen Taschen durch den Regen zu latschen. Einmal ist das bis jetzt passiert. Öfter nicht. Ich hab mir gedacht, wenn ich den Führerschein habe. Und den wagen dann tagsüber für mich. Mein Auto? Dann wär doch alles viel leichter. Ich könnte doch die Kinder mal zur Schule fahren, wenn's regnet. Oder im Winter. Dieser lange Weg durch Eis und Schnee. Ist doch gesund. Und wir könnten doch auch mal was unternehmen, mal zum Schwimmen fahren oder so. Und ich wäre nicht mehr so festgenagelt in diesem Nest, wo ich keinen kenne und wo. Ach, du weißt schon. Du wolltest doch genauso wie ich dieses Haus. Ja, weil du es wolltest. Ich hab doch immer nur gewollt, was du wolltest. Na ja, und? 17 Jahre hab ich nur gewollt, was du wolltest. Daran ist bloß das ganze Gequatsche schuld. Hör mal zu. Kopfkino mit Herz. In Fernsehen und in der Zeitung. Die mit ihrem Gequatsche. Die machen die Familien unglücklich. Jetzt will ich einmal im Leben machen, was ich will und schon gibt's Krach. Also meine Winkler, mach ihn doch. Mach doch deinen verdammten Führerschein. Mach, was du willst. Tja, also Frau Riel, fahren lernen, das ist natürlich nicht ganz einfach. Die Prüfungen werden immer schwieriger. Das haben Sie vielleicht schon gehört. Und Damen, Ihre Kategorie, ich meine, wenn ich fragen darf, wie jung sind wir denn? 41. 41, das ist nicht alt, die besten Jahre sozusagen, aber fürs Fahren lernen eben auch nicht mehr die schönste Jugend. Mit 20, ich meine so, die jungen Hupfer mit 20, die tun sich natürlich da leichter. Was kostet eigentlich so eine Stunde? 24 Mark. 24 Mark. Ja, bei unserem Land ist es noch preiswert. Darf ich mal? Bitte. Danke. 24. Und sind da noch irgendwelche Extrakosten? Ja, ein bisschen kommt da noch drauf. Sie wissen ja, ansonsten ist der Tod. 150 Mark Grundgebühr, dafür haben Sie dann auch den theoretischen Unterricht, der ist dann gleich mit drin. Und dann... Noch was? 23 Mark fürs Landratsamt. 23 noch was? Naja, und die Prüfungsgebühr, das sind genau 52 Mark und 17 Pfennig. 17 Pfennig? Das kommt durch den Mehrwertsteuer. Und wie viele Stunden, was meinen Sie? Wie viele Stunden würde ich brauchen? Ja, wie ich schon sagte, Damen Ihrer Kategorie, also so schnell geht das nicht. Ja, aber was denken Sie denn, wie viele Stunden? Es gibt nur so eine Regel. So viele Stunden wie Jahre, wenn Sie also 41 sind... 41 Stunden Himmel. Naja, natürlich, manche schaffen es auch schnell, aber andere brauchen noch wieder mehr. Noch mehr? Also das muss ich Ihnen gleich sagen, Herr... Ilkner. Ja, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen... Bei mir ist es nämlich so, ich habe eine bestimmte Summe zur Verfügung, 1000 Mark. Wenn davon jetzt die Grundgebühr und das alles, also wenn das abgeht, dann bleiben ungefähr so 770 Mark. Das reicht etwa für 30, 32 Stunden. Mehr kann ich nicht bezahlen. Hat es da überhaupt Zweck? Tja, also Zweck. Schwarz auf weiß kann ich Ihnen das nicht geben. Ich weiß nicht, vielleicht brauchen Sie 50 Stunden oder 100, hatte ich auch schon mal. Naja, aber das ist eine Ausnahme. Ich will Ihnen keine Angst machen, aber wenn Sie eine Garantie für 32 Stunden wollen, dann müssen Sie woanders hingehen. Aber Sie meinen, möglich wäre es? Da kann ich nur sagen, an mir soll es nicht liegen. Geschafft hat es bei mir noch jeder. Auch der mit den 100 Stunden? Doch, doch. Der ist dreimal durchgefallen. Danach musste er zur psychologischen Untersuchung, das ist immer so, nach dem dritten Durchfall. Aber der hatte keine Macke, der war hochintelligent. Bloß beim Fahren nicht. Zu viel Fantasie, wissen Sie? Das stört bloß beim Fahren lernen. Wenn ich das schon höre. Beim vierten Mal ist er dann durchgekommen. Seit der Pferde einwandfrei, noch kein Unfall. Aber man weiß ja nicht, wie sich die Leute hinterher machen. Einen Schüler hatte ich das gleich bei der ersten Prüfung durchgekommen. Eine Woche später ist er direkt in eine Kneipe gefahren. Mir Karacho ins Schaufenster, mitten zwischen den Pullen. Ja, ich glaube, ich versuch's. Ich hab dir zwei Eier gekocht. Danke, Lottie. Hoffentlich nicht zu weich. Ist noch was? Nein, nein. Also, laufen tut der Motor ja schon mal. So, und jetzt fahren wir gleich los. Keine Angst, ich hab genau wie Sie hier Bremse und Kupplung. Da kann gar nichts passieren. Und lassen Sie sich nicht irritieren, wenn's mal tutet. Das zeigt nur an, dass ich mal eingreifen muss mit der Bremse und so. So, und jetzt nehmen Sie den Schalthebel in die Hand. Nicht so klammern, Frau Riel, sonst reißen Sie ihn noch raus. Ganz sanft und freundlich. Als ob Sie, als ob Sie, ja, so. Und jetzt vorschieben und gleichzeitig auf die Kupplung treten, wie ich Ihnen das erklärt habe. Sonst geht das Getriebe kaputt. Wie? Immer zu die Kupplung? Nein, nur beim Schalten. Das geht dann ganz automatisch. Also, los jetzt. Den rechten Fuß aufs Gaspedal und ganz sanft Gas geben. Gas geben, Frau Riel, das heißt, dass Sie das Gaspedal niederdrücken müssen. Und die Kupplung ganz langsam loslassen. Langsam die Kupplung loslassen, Frau Riel. Und sanft Gas geben, sanft, wie mit einem kleinen Kind. Sanft das Gaspedal. So, nochmal. Kupplung, erster Gang. Ja. Gas, langsam die Kupplung loslassen. So, nochmal. Kupplung, erster Gang. Ja. Kupplung langsam loslassen. Gas geben. An dem Mann in den Baden. Mein Fahrlehrer. Auweia. Was da wohl Papa sagt. Ja, und das ist die Hausbar, da kann man sehr viel unterbringen. Also, Hausbar, das ist doch überflüssig. Wir trinken doch sowieso nichts. Ja, wenn man mal Gäste hat. Sie ist sehr gut verarbeitet. Guck mal her, ich hab was für dich. Da. Wo hast du das hier? Hat mir die Oberberg verkauft, du weißt doch, unsere neue Kassiererin. Für 30 Mark. Das fing ja schon an zu rosten. Also, ich hab gedacht, du freust dich. Ist doch tadellos. Na ja. Na doch, die. Ein neues Rad ist es doch nicht drin. Sowieso schon wieder was passiert. Was denn? Ach, gib mir erst mal ein Bier. Einen Durst habe ich. Also, was ist los? Ach, der Wagen. Ich hatte ihn doch in der Werkstatt. Weißt du, was das gekostet hat? Fast 300. Und neue Reifen brauche ich auch bald. 300 Mark, das ist ja fürchterlich. Oh, die sind ja längst da. Ein Glück, dass uns Tantani das Geld schickt. Oder ist sie schon da? Ach, doch. Ohne die Tausend sähe schlecht aus. Und wenn sie es jetzt nicht geschickt hätte? Hat sie aber auch Gott sei Dank. Heinz, bitte. Wir haben doch jetzt wirklich genug darüber geredet. Was? Du weißt doch, du kannst doch... Wenn ich den Führerschein jetzt nicht mache, dann mache ich ihn nie. Und deshalb habe ich mich auch gestern angemeldet. Was sagst du da? Ich habe mich angemeldet. Und die erste Stunde... Das kann doch nicht wahr sein. Und die erste Stunde habe ich auch schon gehabt. Das hast du wirklich getan? Heinz, bitte. Ich möchte es doch so gerne. Die Kinder werden groß und gehen aus dem Haus und dann hocke ich hier. Und später bin ich dann zu alt. Und überhaupt wahrscheinlich hast du dann was anderes dagegen. Also, ich verstehe dich nicht. An die Familie denkst du überhaupt nicht. Vor drei Tagen hast du nicht mal was von dem Geld gewusst. Also, du meldest dich sofort wieder ab, Basta. Na, aber was gibt es denn heute? Mh, Frikadellen. Wie viel kriegt denn jeder? Eine weitere Fahrstunde steht an. Der Fahrlehrer ist ein rechter Stinkstiefel. Nochmal von vorn. Kupplung, erster Gang. Gas, wenig erst. Etwas mehr Gas, zweiter Gang. Hat Ihnen der arme Wagen eigentlich was getan? Frau Riel, Frau Riel, Sie sind wirklich ein schwerer Brocken. Du Mutti, der blaue Rock, ist der fertig? Nein, entschuldige Kind, ich habe es noch nicht geschafft. Ich hatte doch Fahrstunde. Wie war es denn? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lerne das nie. Quatsch, jeder lernt das. Der redet und redet und redet. Wer? Der Fahrlehrer, der Irkner. Der ist noch nervöser als ich. Warum bist du denn so nervös? Brauchst du doch nicht. Dieser ständige Arger mit Papa und wenn ich es dann womöglich nicht schaffe. Berti, wie siehst du denn wieder aus? Wir haben geangelt. Geangelt? Ich denke, du sitzt in deinem Zimmer und machst Schulaufgaben. Was riecht denn hier so komisch? Himmel, der Blumenkohle auflaufen. Au! Jetzt habe ich mich auch noch verbrannt. Was hast du? Was ist los, Lotti? Ich hätte beinahe den Auflauf vergessen. Erst habe ich mit Berti gelernt und dann... Kann er es dann? Diese komische Rechnerei, die die machen. Mama kann den Scheiß auch nicht. Berti! Nach dem Essen probieren wir es mal zusammen. Wäre doch gelacht. Und das kannst du nicht. Guck mal, Papa. So sah der Fisch aus. Und solche goldenen Punkte hat er auf dem Rücken. Goldene Punkte? So etwas gibt es doch nicht. Da müssen wir mal nachsehen. Ich hole das Lexikon. Bleib gefälligst hier. Wir müssen auch rechnen. So etwas haben wir nie gehabt. Was lernen die denn für einen Blödsinn? Warum lernen die denn nicht vernünftig rechnen? Siehst du, du kannst es auch nicht. Na, gehe ich etwa zur Schule? Wenn ich aufpassen will, dann wäre Lampenputzer oder Quillitaucher. So etwas soll man den Kindern nicht sagen. Die kriegen ja Komplexe. Ach was, Mama. Ich nicht. Ich werde sowieso Automechaniker. Und Englisch? Haben sie das zurückgekriegt? Wieder eine Fünf. Ich muss eben noch mehr mit dem Laden. Wenn du das noch kannst. Du hast dir jetzt andere Böcke zu melken. Wo ist denn eigentlich Sabine? Kommt um sieben. Einer auf dem Motorrad hat sie abgeholt. Ja, wieder so ein Raser. Das war der Andi Jonas. Was der da hat, ist bloß ein Mofa. Damit kann er gar nicht rasen. So viel schlechter als die meisten ist der Berti gar nicht. Es gibt Mütter, sage ich dir, die fahren jeden Nachmittag von einer Nachhilfestunde zur anderen. Naja, das kann es dir einer auch beizumachen. Vorfahrt, Frau, die rechts hat Vorfahrt. Das war heute schon das dritte Mal. Haben Sie Sehnsucht nach einem schönen Grabstein? Ich kann nicht mehr. Jetzt bleiben Sie auch noch stehen, ohne in den Rückspiegel zu schauen. Ich habe doch auch... Oh Gott, oh Gott, das ist ja lebensgefährlich. Schon zwölf Fahrstunden und zweimal in der Woche theoretischen Unterricht. Irgendwann muss doch alles hängen bleiben. Los, los, wir müssen weiter, wir blockieren doch die Straße. Das war jetzt wieder ein dicker Hund. Verunsichern. Frau Riel, Frau Riel, Sie sind wirklich ein schwerer Brocken. Dabei sind Sie heute so schön gefahren und jetzt wieder dieser Griff ins volle Menschenleben. Also Mama, nun konzentrier dich doch mal. Ich darf doch auch nicht schlafen, wenn du mit mir lernst. Wo ist das Halten verboten, auch wenn keine Verbotsschilder aufgestellt sind? Du, Berti. Ja? Was würdest du sagen, wenn ich den Führerschein habe und wenn ich dann arbeiten gehe? Arbeiten? Du? Na ja. Ich war doch früher mal Arzthelferin, früher, bevor ihr auf der Welt wart. Sabine und du? So wie die bei Dr. Eckert, die da am Schreibtisch sitzt, wenn man reinkommt? Die im weißen Kittel? Ja. Und Spritzen? Könntest du auch Spritzen machen? Ja, klar. Toll, das hast du alles gekonnt, Mann. Natürlich habe ich das alles gekonnt. Ich dachte hier in der Gegend, da sind doch so viele Ärzte, vielleicht könnte ich da irgendwo eine Halbtagsstelle kriegen. Ich würde was dazu verdienen und Spaß würde mir das auch wieder machen. Klar macht sowas Spaß. Würde ich dann auch ein Dreigangrad kriegen? Ja, schon möglich. Du, das finde ich toll. Also nun spreng dich mal ein bisschen an. So, hier können wir gleich mal anfangen an Bergen. Stopp. Handbremse, Frau Riel, Handbremse. Da kam ein Räuchter zurück und unten ist der Fluss, soll uns die Fische fressen? Das können Sie doch. Das kann doch jeder. Anfahren an Bergen ist doch keine Geheimkunst. Also, Gang einlegen, Kupplung langsam kommen lassen, Gas, wenig erst, Handbremse lösen. Gas, 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 Frau Riel, Gas. Bremsen. Oh Gott. Wenn Ihnen das bei der Prüfung passiert, Anfahren am Berg, das müssen Sie doch einfach können. Reichlich gestresst geht sie nach Hause und macht das Abendessen für ihre Brut. Am Abend gibt es einen kleinen Spaziergang über die Wiese. Das einzig Schöne ist die Grillenzirpen. Sieh da, unser Nachbarn. Ein schöner Tag, nicht wahr? Na, wie geht's? Was machen Haus und Garten? Guten Tag. Ach, wir haben gerade mal wieder die Gegend bewundert. Ja. Ja, ja, ja. Sowas hat man in der Stadt nicht. Bestimmt. Und haben Sie sich schon inzwischen eingelebt? Ach, sicher? Sowas geht schnell. Nein, nicht immer. Die Leute, die zuerst in dem gelben Haus an der Ecke gewohnt haben, die sind vor knapp einem Jahr weggezogen. Die haben verkauft. Ach, wirklich? Ja. Denen war es zu still. Das stimmt ja auch. Für junge Leute. Ach, die Stille, das ist ja gerade das Gute. Ja. Also, dann, schönen Tag. Ja, danke. Guten Tag. Guten Tag. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, ich halte nichts davon. Solange die Kinder noch zur Schule gehen, bärt ihn mit seinen Schwierigkeiten und Biene fängt mit Freunden an. Die brauchen ihre Mutter. Wir kommen schon durch, Leute. Aber ich will doch bloß halbtags arbeiten. Die Kinder kriegen schon ihr Recht. Dein ganzer Tag wird ja auseinandergerissen. Ich will das nicht. Aber es ist doch schließlich mein Tag. Das heißt, das geht ja mich nichts an. Ach, Heinz, das ist doch jetzt wirklich bloß Sturheit von dir. Du sagst doch selbst immer, dass das Geld nicht reicht. Und dieses ganze Theater wegen dem Führerschein. Ja, bloß damit auch. Und wenn ich das Geld, das ich dafür ausgebe, wieder reinbringen will. Siehst du, das ist es doch. Eins kommt zum anderen. Erst wird das Geld rausgeschmissen, dann muss es mit Gewalt wieder reingebracht werden. Das beißt sich doch einen Schwanz. Ich weiß nicht, Heinz, du bist in letzter Zeit so anders. Das ist irgendwas mit der Firma. Die Firma? Unsinn. Was soll das sein? In der Firma ist alles bestens. Och, jetzt wollte ich gerade noch ein bisschen gucken. Du gehst ins Bett, mein Lieber, sonst schläfst du dich wieder in der Schule aus. Und nicht mehr so lange lesen. Du, Papa, ich hab noch 50 Pfennig bei dir gut. So. Er hat eine 2 in Biologie geschrieben. Biologie? Na ja, von mir aus. Ja. Danke, Nacht. Wenn ich was für gute Noten kriegte, hätte ich über 10 Mark bei dir gut. Du weißt doch, warum wir das machen. Damit Berti ein bisschen ermutigt wird. Du schreibst doch sowieso gute Noten. Finde ich ungerecht. Wenn ich blöd wäre... Berti ist nicht blöd. Dann würde ich Winston ab und zu etwas kriegen. und könnte mir dieses tolle Chemiebuch leisten. Was heißt denn auf einmal mit Chemie? Immer zu höhere Chemie. Sie interessiert sich eben dafür. Ich glaube, ich studiere mal Chemie. Studieren? Aber wir waren uns doch einig, dass du mit mittlerer Reife abgehst. Du warst dir einig. Heutzutage studieren. Wo man mit Akademikern die Straße pflastern kann. Verdien lieber Geld. Du heiratest ja doch mal. Also wirklich, Diskussion wie vor 100 Jahren. Heiraten. Warum denn? Damit ich so unter die Furchtel komme wie Mutti. Sabine! Das ist doch wahr. Überhaupt. Weil wisst ihr, ob ich überhaupt heiraten will? Du siehst doch ganz passabel aus. Oh Gott, das bringt's voll. Und wenn ich nicht will? Wenn ich mich lieber alleine durchbringe und bloß einen Freund habe, einen, von dem ich weg kann, wenn er mir nicht mehr passt? Hast du ihr das beigebracht? Mutti? Mutti ist doch ganz anders. Sonst wäre sie doch gar nicht mehr hier. Du, das geht zu weit. Ich bin gern hier. Naja, ich mein's ja nicht so. Aber ist doch wahr. Was man so zu hören kriegt, da bleibt dann mir die Spucke weg. Da braucht ihr doch nicht die Spucke weg zu bleiben. Ich will Abitur machen und Chemie studieren. Ist doch nichts Besonderes. Ich muss gehen. Ich muss zum theoretischen Unterricht. Immer wenn es was zu besprechen gibt, rennst du weg. Fahr sie doch hin, Papa. Ist doch schon dunkel. Lass doch. Ich nehm's Rad. Also bitte, wenn sie nicht allein hinkommt. Nein, nein. Ich kann wirklich mit dem Rad fahren. Das ist es. Na, wie du das auch machst. Ich hab unten noch was zu arbeiten. Also da studiere ich wirklich lieber Chemie. So, das wär's für heute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ich mir etwas mehr Pünktlichkeit ausbitten dürfte. Wiedersehen. Gute Nacht. Wiedersehen. 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 Diese Theorie, die fällt mir total schwer. Mir auch. Klar, das ist eigentlich viel leichter als am Anfang. Viel leichter als die Praxis. Fahren finde ich total leicht. Ich freu mich direkt auf die Prüfung. So, vor der Theorie hab ich gerammelt. Das ist mein Freund. Wiedersehen. Wiedersehen. Also dieses Mädchen, da sollte man eigentlich gar kein Auto in die Hand geben. Mit ihrem Führerschein wird sie nicht alt, aber sie kriegt den natürlich. Wiedersehen alle zusammen. Wiedersehen. Draußen regnet es doch junge Hunde. Warten Sie, ich bringe Sie schnell nach Hause. Ja, aber ich hab das Rad. Das kommt in den Kombi. Meine Herrschaften, das Lokal wird geschlossen. Trinken Sie noch irgendwo ein Bier. Noch dürfen Sie. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ja, ich kann auch nett sein. Hätten Sie gar nicht gedacht. Wie? Ja. Wischen Sie mal schnell die Seitenscheiben ab. Sagen Sie. Ist eigentlich Ihr Mann immer noch dagegen, dass Sie den Führerschein machen wollen? Mhm. Das kommt öfter vor. Die jungen Männer, die sind da anders, aber die alten Säcke, ich meine so die Garten von Damen ihrer Kategorie, solche wie ich, ich meine, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass die Frauen selbstständiger werden. Dass sie einen Beruf haben und Geld verdienen, naja, das nehmen Sie noch hin, aber dass sie sich am Steuer setzen, das schlägt Ihnen auf den Magen. Alle sind doch nicht so. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Was meinen Sie, was ich da schon erlebt habe? Die Frauen haben sich angemeldet und dann sind die Männer aufgekreuzt und haben getobt mit mir, als ob ich was dafür könnte, dass die Dame verrückt spielt. Verzeihung. Das habe ich nicht so gemeint. Da können Sie sicher sein, das tut mein Mann nicht. Ja, wenn sie dann endlich den Führerschein hat und der Mann bricht sich einen Arm oder ist blau, was meine Sie, wie froh der dann ist, dass die alte, ich meine, dass die Frau Gemahlin dann fahren kann. Mein Mann trinkt eigentlich nie zu viel. So? Na ja, wenn er so tugendhaft ist. Doch einen Rat gebe ich Ihnen. Lassen Sie sich nicht vom Fahren abhalten nachher. Immer ran ans Steuer. Fahrpraxis müssen Sie kriegen, sonst war die ganze Quälerei für die Katzen. Davor habe ich Angst, dass ich das Auto nicht kriege. Ja, ich habe immer eine Fahrschülerin. Das gleich bei ihrer ersten Fahrt hat einen fremden Kurzflügel angeschlagen. Was meinen Sie, der Mann hat ja nie wieder den Wagen gegeben. Oh Gott, wenn ich mir das vorstellen. Das ist aber auch so eine Sache. Wenn ein Mann mit einem Blechschaden nach Hause kommt, dann ist prinzipiell immer der andere der Hammel gewesen. Wenn seiner Frau dasselbe passiert, Prost Mahlzeit. Ja, ich bin da im Grunde genommen auch nicht anders. Also unser Auto, das dürfte ich auch nicht kaputt machen. Am besten wäre natürlich ein eigenes. Ein schnuckeliger Kleinwagen oder ein alter VW. Himmel. Sagen Sie mal, Frau Riel, ich frage mich immer, warum sind Sie eigentlich so schrecklich nervös und ängstlich? Was Sie da so manchmal hinterm Steuer fabrizieren, also sowas habe ich ehrlich noch nie erlegt. Ist das bei Ihrem Mann? Ich meine, kriegen Sie ein Ärger mit ihm? Also wenn ich was dazu sagen darf, Sie sollten sich nichts unterkriegen lassen. Wenn Sie schon mal den Entschluss gefasst haben. Aber Frau Riel, jetzt weinen Sie doch nicht. Da zeigt der Rubik-Gefahrlehrer doch Herz. Und es ist ja ganz egal, wann ich die Prüfung mache. Ich schaff's ja doch nicht. Ja, so 15 Stunden brauchen Sie noch. Mindestens würde ich sagen. Das sagt Sie mal meinem Mann. 360 Mark. Ja, ja, die Bauherren. Wir krebsen auch ganz schön rum. Als wir damals gebaut haben, ging das Geschäft noch besser. Aber jetzt bei dieser Konkurrenz? Nicht rausfahren, Frau Riel. Da hinten kommt doch einer. Ach Gott, immer diese dicken Hunde. Wenn Sie Ihre Schüler immer so anbrüllen, ist es ja kein Wunder, dass Sie zur Konkurrenz laufen. Brüllen, ich brülle doch nicht. Die will doch bloß, dass Sie alles richtig machen. Verrückt machen Sie mich. Total verrückt. Ich bin ja auch nervös. Fünf, sechs, acht Stunden täglich und dann immer mit diesen dicken Blinken, Frau Riel. Blinken. Der Mann soll sie wenigstens lebendig wiederkriegen. Magst du auch was trinken? Ja, bitte. Mir können Sie doch 2000 dazuzahlen, hat er gesagt. Ich würde mir so ein Ding nicht in die Wohnung stellen. Lass ihn doch. Er kann sich doch hinstellen, was er will. Er weiß doch nicht, dass wir solchen Schrank haben. Er will da einen Stil ins Haus bringen, der Junior. Er ist eben jetzt nicht mehr der Junior, er ist jetzt der Chef. Meinst du, dass du Schwierigkeiten mit ihm kriegst? Was für Schwierigkeiten? Ich bin seit über 20 Jahren im Haus. Er braucht mich doch. Und er ist doch ein netter Mensch. Anständig. Das war er doch immer. Mir geht es um das Qualitätsgefühl. Modern sein, mit der Zeit gehen, den Kunden jeden Mist aufschwatzen. Alles stromlinienförmig und mit Musik. Möglichst auch Klorollen mit Musik. So was soll man mitmachen. Das hier. Das ist Qualität. Das ist ein Möbel zum Wohnen. Kein Düsenjäger. Ein bisschen schwerfällig ist er ja. Was soll denn das nur wieder heißen? Du hast ihn doch auch haben wollen. Mich hast du eigentlich gar nicht gefragt. Heinz, das Glas. In der Branche kennt man dich doch. Wenn du nun mal woanders die Fühle ausstreckst. Verändern, das geht nur mit Verlust. Das verkraften wir nicht bei unseren Belastungen. Wenn jetzt noch die Abrechnung für die Erschließungskosten kommt, die 1000 Mark von deiner Tante, die hätten wir gut gebrauchen können. Das musste ja kommen. Ich bin schuld. An allem, was in den nächsten 20 Jahren passiert, bin ich schuld. Riel? Wie bitte? Wer ist da? Wer hat uns Ihnen empfohlen? Ach so. Nein, wir brauchen keinen Orian-Teppich. Nein, wirklich nicht. Auch keine Brücke. Orian-Teppich. Die hat Nerven. Ob das morgen schon drinstehen kann? Das klappt gerade noch. Sollen wir Sprechstuhnhilfe hervorheben, dick drucken? Kostet das mehr? Nein, nichts. Ja, dann bitte dick drucken. Und sollen wir Ihnen die Angebote dann zum Schicken? Nein, nicht nötig. Ich komme wieder vorbei. Am besten so in drei, vier Tagen. Sie könnten vorher aber auch schon mal anrufen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viele Herren Doktoren sich rühren. Und ob mich überhaupt einer nimmt. Warum nicht? Ich würde sie sofort nehmen. Sie? Na klar, wenn Sie sich nicht gerade als Chauffeur bewerben. Das ist da vorne an der Parkbuch. Da wollen wir rückwärts einparken. Hier bei den vielen Autos? Vielen nennen Sie das? Also hören Sie mal, bei der Prüfung müssen Sie das doch auch können. Da hinter dem grauen Admiral. Da kommen Sie bequem rein. Jetzt links einschlagen. Stärker. Nicht so Pflaumenweich, Frau Riel. Nochmal von vorn. Haben Sie denn vergessen, wie es gemacht wird? Wenn die Bordsteinkante dort sichtbar wird. Da an der Stelle. Dann links einschlagen. Kräftig. Können Sie denn nicht gucken? Sie lebensmüde. Sowas dürfte überhaupt nicht auf die Menschheit losgelassen werden. Jetzt machen Sie endlich die Tür zu. Warten Sie. Ich muss mit dem mal reden. Danach setzen wir uns in das Café da drüben und beruhigen uns ein bisschen. Was soll ich bloß machen? Sie sollten mir Selbstvertrauen haben. Selbstvertrauen? Sie sind gut. Wenn man immer zu eins aufs Dach kriegt. Passen Sie mal auf. Sie haben doch Courage. Sie machen den Führerschein, obwohl jemand das nicht will. Und jetzt suchen Sie sich sogar eine Stellung. Mein Gott, das ist doch was. Hören Sie doch endlich auf zu zittern und zu bibbern. Hier stehe ich und hier bleibe ich und so weiter. Basta. Wenn ich im Auto sitze, brüllen Sie mich an. Wissen Sie, ich habe darüber nachgedacht. Ich will jetzt mal ganz ehrlich sein. Mir ist aufgefallen, dass ich noch nie einen Schüler so angemeckert habe wie Sie. Ach, Sie meinen, mit mir da kann man es machen? So ängstlich und verstört wie Sie da sitzen, das fordert einen direkt dazu heraus. Nollich, da habe ich ja schon mal zurückgeschimpft. Das hat auch nichts genützt. Weil Sie gleich wieder zusammengeschrumpelt sind. Sie sollten öfter mal auftrumpfen. Nicht bloß so im letzten Moment, kurz vorm Durchdrehen. Verstehen Sie nicht, was ich meine? Doch, schon. Nicht immer so da sitzen und ein schlechtes Gewissen haben. Na also, jetzt haben wir die ganze Zeit Kaffee trinken geübt. Statt einzupaden. Es gibt natürlich noch einige andere Damen, die ich die Stelle gerne gehabt hätten. Bitteschön, jüngere. Aber ich habe eigentlich lieber eine Dame in gesetzterem Alter. Tja, trauen Sie sich das eigentlich zu nach so langer Pause? Mein Beruf hat mir immer so viel Spaß gemacht. Ich komme bestimmt schnell wieder rein. Diese jungen Dinger sind oft so unzuverlässig. Ich telefoniere stundenlang mit dem Freund und die Patienten müssen warten. Nur, Sie wissen doch, dass ich nur vormittags kann. Ja, das ist auch ein Pluspunkt. Das passt ganz ausgezeichnet. Meine jetzige Sprechstundenhilfe Frau Rose. Sie ist schon jahrelang bei mir. Sie haben sie kennengelernt. Frau Rose hat zwei kleine Kinder. Eins ist fast noch ein Baby. Ihre Mutter hat sich um die Kinder gekümmert. Haben Sie eigentlich Kinder? Ja, zwei. Die sind schon groß. Elf und sechzehn. Ja, der Mutter von Frau Rose wird es zu viel. Sie will nur noch nachmittags kommen. Und deshalb brauche ich jemanden für vormittags. Frau Rose kann da zu Hause bleiben. Tja, Frau Riel. Wollen wir es zusammen versuchen? Ab wann wäre denn das? Ab nächsten Ersten. Passt Ihnen das in vier Wochen? Nimm es doch nicht so schwer, Mutti. Der Berti ist doch ganz patent. Der ist doch nicht los. Es ist direkt zum Verrücktwerden. Kaum hat man mal eine Freude. Gleich kriegt man wieder eins reingewirkt. Warum gehst du überhaupt zu diesem Eltern, sprecht er. Dass er nicht gut ist in der Schule, das weißt du doch sowieso. Rägt dich doch nicht auf. Freu dich lieber über deinen Job. Sag auf keinen Fall, Warti, was du von den Kanern und nicht halten. Der erzielte sofort, Papa. Der muss es ja doch mal wissen. Aber noch nicht jetzt. Hoffentlich ist dein neuer Chef mir wirklich so nett, wie er aussieht. Lass dich nur nicht gleich wieder unterbuttern. Unterbuttern? Jetzt fängst du auch noch an. Ach, Mutti. Lach doch mal wieder. Könnte ich nicht morgen noch eine Stunde haben? Ich weiß, es ist Sonntag. Sonntags nie. Sonntags gehört Papi uns. Können Sie doch nicht mal was sagen? Wenn Sie erst den ganzen Druck los sind, dann werden Sie noch eine ganz ordentliche Fahrerin. Wiedersehen. Wiedersehen. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich habe wahnsinnigen Hunger. Was gibt's denn? Super von gestern. Ich muss Sie nur noch warm machen. Das war ein Tag heute im Geschäft. Diese Samstage. Man kommt kaum zum Verschnaufen. Und dann auch die Autobahn so voll. Wo sind eigentlich die Kinder? Sabine ist zu Marlene gefahren übers Wochenende. Und Berti ist zum Zelten. Das weißt du doch. Jedes Wochenende was anderes. Muss das eigentlich sein? Das ist wegen der Erschließungskosten. Der entgegen die Bescheid. Furchtbar über 5000. Woher sollen wir denn das Geld nehmen? Aber du hast es doch gewusst. Du hast doch gesagt, dass du das Geld von der Bank kriegst. Glaubst du, sie schenken einem was? Die ziehen einem doch das Fell über die Ohren. Immer mehr Zinsen. Bei diesem teuren Geld. Kannst du dir was sagen, Heinz? Wahrscheinlich müssen wir noch eine Grundschuld aufnehmen. Hör mir doch endlich mal zu. Ich habe eine Stellung. Gleich. Eine was? Eine Stellung. Halbtags bei einem Arzt. Ich kriege ungefähr 600 Mark. Von neun bis halb eins. Das ist doch ganz einfach. Wenn die Kinder aus der Schule kommen, bin ich längst wieder da. Die merken überhaupt nicht, dass ich weg war. Und 600 Mark. Das ist doch großartig. Davon können wir die Zinsen ganz leicht. Ich habe dir gesagt, dass ich es nicht will. Dann können wir uns doch ein bisschen was leisten. Und du hast die Last. Du hetzt dich ab. Aber es macht mir doch Spaß, mit anderen Menschen umgehen. Die Verantwortung. Und nicht immer bloß jeden Tag den Dreck vom vorigen wegkratzen. Spaß macht es. Und zu Hause, da kotzt es sich an. Wie? Himmel, du drehst einem wirklich die Worte im Mund rum. Aber darf ich schon darüber reden? Die Kinder werden größer und sind immer öfter weg. Und in ein paar Jahren sitze ich ohne sie da. Und dann nehme ich womöglich überhaupt keiner mehr. Alles über meinen Kopf weg. Führerschein, die Kinder Stellung suchen. Alles über meinen Kopf. Ich will es nicht. Du redest ja wie einer vor 100 Jahren. Was ich dir biete, reicht wohl nicht mehr. Nein, tut es auch nicht. Wenn du schon so verbohrt bist. Du gehst hin und sagst diesem Menschen. Welchem Menschen? Ich kenne keinen Menschen. Diesem Arzt oder was er ist. Sagst, dass du nicht kommst. Auf keinen Fall, das tue ich nicht. Und wenn du kein Geld brauchst, ich brauche welches. Ich muss womöglich noch mehr Fahrstunden nehmen. Dann nimm noch Fahrstunden. Nimm noch 100 Fahrstunden. Ich zahle dir auch noch 100 Fahrstunden. So, und wovon, wenn ich fragen darf? Wovon? Von meinem Geld? Ich habe ja noch 3000 auf der Bank. Was? Na ja, für alle Fälle. Für einen Notfall. Man kann ja nie wissen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ja, Lossi. Sag mal, heute am Samstag? Na, komm erst mal rein. Was denn bloß los? Du, Inge, kann ich hierbleiben? Ja, natürlich kannst du hierbleiben. Aber was sagen, wenn deine Lieben dazu ist, was passiert? Heinz und ich. Ach, du liebe Zeit. Ihr jetzt auch. Das darf doch nicht wahr sein. Dann denkt man endlich mal eine stabile Ehe. Ein Beispiel, dass es auch gut gehen kann. Magst du einen Kognak? Das sind Zustände. Gestern treffe ich den Sauerfahrt ganz harmlos. Wie geht's denn Ihrer Frau? Ist der auch schon geschehen? Tatsächlich. Man mag bald keinen mehr fragen. Ich mache uns jetzt mal einen Kaffee. Hast du überhaupt schon was gegessen? Frau Klein? Ja? Haben Sie vielleicht meine Frau gesehen? Ihre Frau? Ja doch. Ihre Frau ist doch mit dem Rad weggefahren. Mit so einer Reisetasche hinten drauf. Ist aber schon ziemlich lang her. Ach ja, richtig. Sie wollte ja noch was wegbringen. Dankeschön. Das mit den 3.000 Mark, das ist doch das Letzte. Ich quäle mich ab mit meinem schlechten Gewissen wegen der Fahrstunde und er hat 3.000 Mark in der Ecke. Sag doch mal, was ist doch gemein, oder? Naja, sicher. Aber du den deswegen gleich in die Wüste schicken sollst. Jetzt verteidigst du ihn auch noch. Erst hättest du mich gegen ihn auf. Nein, nur mal langschau. Aber es ist doch wirklich gemein. Komisch, dass du dich plötzlich so aufregst. Dein Heinz und seine einsamen Entschlüsse, das ist doch nichts Neues. Aber er muss doch endlich einmal einsehen. Ach du je, auf einmal, so von heute auf morgen. Also ich presse hier vor mich hin, immer wenn ich mich aufrege. Der arme Mann kann einem doch direkt leid tun. Bisher hat das Frauchen immer schön brav genickt und plötzlich kriegt sie einen Rappel und entdeckt ihr Selbstgefühl. Inge? Inge! Ja, es ist ja gleich, es ist ja wieder. Gehst du mal rein? Hallo? Ja, Heinz. Nein. Nein, sie hat sich nicht gemeldet. Nein, wirklich nicht. Oh, entschuldige, aber du hast mich geweckt. Er macht ja nichts. Ja, natürlich ruf ich dich an, wenn ich was höre. Tschüss. Also langsam komme ich mehr kindisch vor. Warum sagst du nicht klipp und klar, was los ist? Weil er dann sofort hierher kommt. Ja, aber so heimlich verschwinden? Ich kann einfach noch nicht mit ihm reden. Und was soll er den Kindern erzählen? Kremsmärchen. Sei doch still. Du, der geht bestimmt zur Polizei. Hör auf! Also ich dusch mich jetzt erstmal. Wie klang er denn? Ich verstehe dich nicht. Moment, ich bin gleich fertig. Ich fragte nur, wie hat er denn geklungen? Na wie wohl, nicht gerade happy. Wie lange seid ihr eigentlich schon verheiratet? Fast 18 Jahre. Bei mir waren es bloß acht. Ich will dir mal was sagen, was du da vorhast. Trennung, eigene Wohnung und so. Sabine versteht es nur für Berti, ist es sicher schlimm. Für den sind wir doch eine Einheit, so eine Art ziamesische Zwillinge. Hör doch mal zu, diese Ideen, die du da hast. Das machst du dir doch alles bloß vor. Wieso? Weil du nicht der Typ bist. Ich bin's, die Lilo ist es. Wir können das, aber du nicht. Sübsch, nicht? Ausverkauf. Du hältst das doch gar nicht aus. Ob der Bert die nasse Füße hat, ob Sabine wohl genug isst. Die Kinder sollen ja dann zu mir kommen. Na und der Heinz? Meinst du, den kannst du einfach abhängen? Ich sag dir, du bist nicht der Typ. Du ärgerst dich schwarz über ihn, aber du musst ihm weiter seine Bohnen zu bekommen, sonst bist du nicht glücklich. Ja. Wo warst du denn? Was hast du denn? Berti, das war vielleicht auch. Guten Abend. Das zähltst du dann direkt am See. Wir haben in der Nacht gebadet, morgens auch gleich. Und ein Feuer gemacht und gegrillt. Und ein Boot hatten wir auch. Oh, wie schön. Du hast schon einen Schnupfen? Ach, war's überhaupt nicht. Gibt's was zu essen? Was denn? Na, Mutti, wieder da? Sabine, was hast du denn gemacht? Was ist denn passiert? Stacheldraht. Wieso Stacheldraht? Ich bin reingefallen. War er verrostet? Ja, Jörg ist in einem verrosteten Stacheldraht gefallen. Der hat eine Blutvergiftung bekommen und ist fast gestorben. Himmel und Morgen. Was ist morgen denn los? Morgen hab ich Prüfung. Ich hab ihn! Oh, der Klinik! Wie machst du den Klinik jetzt? Übrigens, Frau Rehl, Sie sollen rauskommen. Sie sind dran. Der Prüfer, der war vielleicht was für ein Sauer, der hat mir erzählt, dass er gerade aus dem Krankenhaus entlassen ist, weil ihn Fahrschüler gegen einen Baum gefahren hat. Mittler in der Prüfung! So, nun fangen Sie an, Frau Rehl. Regen Sie sich doch nicht so auf. Denken Sie einfach, Sie sind in der Fahrstunde. Sie haben auch einen Rückspiegel. Aber ich hab... Nein, Sie haben nicht. Die nächste mögliche, wieder links. Jetzt geradeaus in die Einbahnstraße. Ja. Und der Möbelwagen da mitten auf der Straße. Wie soll man denn da vorbeikommen? Komm, und Sie setzen sich auf meinen Platz. Aber warum denn? Weil es aus ist, durchgefahren. Wegen dem Möbelwagen? Aber was hätte ich denn... Los los, Frau Rehl, wir haben nicht so viel Zeit. Ich war wirklich milde mit Ihnen. Aber wenn Sie Fußgänger gewähren... Aber was hätte ich denn tun sollen? Rückwärts aus einer Einbahnstraße rausfahren, das ist doch auch verboten. Von mir aus hätten Sie stehen bleiben können. Wären Sie doch stehen geblieben und hätten gesagt, weiter geht's nicht, da ist der Möbelwagen, da kann ich nicht dran vorbei. Ja, aber ich hab gedacht, dann, dann, wenn ich das mache, dann falle ich ja durch. Nächstes Mal, Frau Rehl. Passen Sie auf, nächstes Mal klappt es besser. Noch ein paar Fahrstunden, dann sind Sie auch nicht mehr so aufgeregt. Extrem enttäuscht geht die Frau nach Hause. Du siehst ja so blass aus. Fehlt dir was? Überhaupt ihr alle, was ist denn? Was hat sie denn? Was soll sie schon haben? Sie ist durchgefallen. Durchgefallen? Wieso? Wann? Ach, Papa, nun tu doch nicht so. Du bist schuld. Sie hat sich so angestrengt. Sie hat so viel gepaukt. Und jetzt hat sie kein Geld mehr. Aber du hättest mit ihr üben können. Aber du bist richtig, richtig gemein bist du. Richtig im Stich gelassen hast du sie. Gemein bist du, gemein. Sei doch still, Berti. Lasst ihr euch nicht scheiden? Nein, doch. Und Mama, hör endlich auf zu heulen. Mama macht schon noch ihren verdammten Führerschein. Hilfst ihr jetzt? Ja, doch, Berti. Tu ich schon. Ist ja schon gut. Du musst kräftiger einschlagen. Das sagt der Ilkner auch immer. Oh Gott, der Ilkner. Ich glaube, bei dem gehe ich die Geschichte ein als Sargnadel. Ja? Ja. So, nur noch mal nach vorn. Kannst du doch ganz gut. Ich weiß gar nicht, warum du solche Angst hast. Wann soll es denn eigentlich losgehen bei diesem, bei deinem Doktor? Am nächsten Ersten. Jetzt fang um Himmels Willen nicht wieder von vorne an. Du, Lotti, das mit den 3000 Mark, das darfst du mir nicht übel nehmen. Na ja. Das ist doch nun mal so ein Tick von mir. Ich muss einfach was in Reserve haben, sonst drehe ich durch. Du, sei doch nicht beleidigt. Was heißt denn beleidigt? Ich finde bloß immer diese einsamen Entschlüsse. Einsame Entschlüsse. Dann will ich es dir mal sagen. Der Junior, ich glaube, mit dem geht das nicht auf die Dauer. Will er dich raushaben? Ach, raushaben. Nein, er ist ja ein ganz anständiger Kerl. Das würde er ja nie tun. Aber wir passen nicht zusammen. Die Linie, die er hat. Das ist ja fürchterlich. Vielleicht sehe ich auch zu schwarz, aber vielleicht, wenn ich was anderes fände. Aber wo denn bloß heutzutage? Bei Palman geht der alte Schulz in Rente. Aber Palman ist viel kleiner. Du hast doch immer gesagt, Veränderung geht nur mit Verlust. Weißt du, ich habe bisher gedacht, ich könnte alles allein schaffen. Hast du doch auch. Das Haus. Meine Mutter, die hat so schuften müssen. Meine Frau sollte es besser haben. Das war sozusagen mein Stolz. Sagen Sie mal, da stand ein Schild, 80. Der wichtigste Blick ist der Blick in den Rückspiegel, ob keine Polizei kommt. Kriege ich wirklich noch ein paar Würstchen? So viel du willst, drum hat Papa sie ja mitgebracht. Papa ist Ehrengabe. Finde ich toll. Ich habe gedacht, mir ist jetzt alles ganz egal. Du fällst sowieso durch. Der lässt dich bestimmt durchfallen. Und kein Wort hat der gesagt. Nur hinten gesessen. Der hat ihm gemerkt, da fährt eine echte Könnerin. Ich bin gefahren und gefahren und gefahren. Mir war auf einmal alles wurscht. Ich habe gedacht, du kannst mich mal. Und dann habe ich überhaupt nichts mehr gedacht. Und auf einmal hatte ich einen Führerschein in den An. Zeig noch mal. Das Bild von Mutti, echt gut. Hast du das wirklich gedacht? Was, Berti? Du kannst mich mal. Hast du das richtig gedacht? Ich meine, ganz richtig? Doch, ganz richtig. Unsere Mutter wird doch ganz flott. Die macht sich. Nennt der Mann seine Frau Mutti, dann ist der Sexappeal gleich null. Das war es bei Hör mal zu dem Kanal für echte Hörspiele und Retro-Freunde. Jetzt ein Däumchen für mich. Ich sage Dankeschön und bis demnächst hier auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal.